Das hat mir alles nicht gesehen in der Fräule. Nein, 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 wir sind über langen Lebern, vielen langen Lebern. Und dann durch Fuslein, durch Fuslein durch. Hast du eine Narbe? Dann kannst du dich nach Bahnhof. Oder Campingplatz, noch besser. Ja, Campingplatz. Ich glaube eher, dass du in Fuslein bist. Aber die will Campingplatz sein. Ja, das ist Kirstans und den Platz. Ja, passt. Soll dich. Tschüss einmal. Baba. Ab, 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 Ab. Itho. Nahtier, Nahtier. Vielen Dank.